meine lieben freunde es ist wieder soweit ein neues event für die neulinge das heißt für unsere bambis die gerade auf den server gejoint sind wir haben eine seemannskiste gehen wir gleich mal durch was da drin ist damit ihr auch wisst ob das sich für euch lohnt oder vielleicht auch nicht wir werden das ganze auf der karte und zwar werden wir das ganze deponieren damit es auch schön ersichtlich ist zwischen elektro und tschernogorsk seht ihr ja hier oben peak koslova das ist ja dieser berg hier oben und unterhalb des berges ist der ausläufer mit dem kleinen weg zum leuchtturm und in diesem bereich in diesem plan quadrat 128 083 in diesem großen plan quadrat rund um diesen leuchtturm werden wir die kiste platzieren so bevor wir sagen was drin ist hier noch mal der kleine hinweis wenn ihr oben rechts auf eurer tastatur über der bild auf taste oder rechts neben der rollen taste die pause unterstrich unterbrechung müsste dass das kürze sein wenn ihr diese pausen taste drückt erscheint automatisch unser server panel ihr könnt ihr ein bisschen was durchlesen über uns die regeln auf den servern hier steht alles über unsere events wo ihr die sachen findet warum ihr sie findet sonstiges ist noch in bearbeitung und ihr könnt dort euren player tab begutachten wie lange ihr überlebt hat wie viele kilometer ihr gelaufen seid und so weiter es gibt noch ein donation button das heißt in zukunft wird es so sein wer diesen server hier donatet beziehungsweise unterstützt bekommt natürlich auch eine kleine aufmerksamkeit dafür ja in welcher form auch immer werden wir euch noch mal auf dem youtube kanal separat zeigen wir wollen das ganze natürlich auch fair machen dann natürlich youtube kanal und discord da könnte einfach draufklicken dann könnt ihr einmal den youtube kanal sehen und natürlich den discord wo ihr dann automatisch drauf joint oder ihr könnt das ganze per escape taste aufrufen denn hier unten in dem hauptmenü zeigt er das auch an und zwar unter options steht server panel da könnt ihr noch mal alles nachlesen da seht ihr auch immer wie viele spieler online sind und so weiter und so fort also jetzt kommen wir mal darauf zurück was ist in dieser kiste drin das hier oben liegt natürlich jetzt nur nebenbei also ihr habt eine axt etwas zu essen etwas zu trinken eine kopflampe taschenlampe nachtsichtgerät ihr habt natürlich eine batterie feuerzeug verbandszeug kabel trommel ladegerät tarnnetz streichhölzer ein code lock ihr bekommt 30.000 rubel alles was es zum essen gibt nämlich ein kochtopf gaskocher dass der camping kocher das gestell an sich ihr bekommt noch ein kanister mit benzin dazu ihr bekommt ein mittelgroßes zelt was ihr dann mit eurem code lock abschließen könnt ich lege den extra mal hier drunter ihr bekommt das gestell das drei wein wo ihr den kochtopf raufsetzen könnt ihr bekommt noch ein licht eine ganze batterie an nägel das wichtigste ein crash also ein blueprint und natürlich den land claim womit ihr euer land sichern könnt worauf ihr baut und mit diesem blueprint wenn ihr euch einen eine werkbank baut könnt ihr mit dem blueprint dieses base building plus system komplett nutzen wie man eine werkbank baut zeige ich euch auch noch separat in diesen videos das ist jetzt die reihe die demnächst losgehen wird die einfachen tipps und tricks tutorials wie man etwas baut was man hier machen kann welche wichtigen fünf fehler man nicht welche man vermeiden sollte die wichtigsten tipps an sich die wir zeigen updates patches und so weiter und so fort kommt jetzt in diesen ganzen kommenden videos da wird es auf jeden fall jetzt viel viel mehr geben so die kiste werde ich jetzt platzieren das zeige ich euch natürlich nicht hier noch mal die info wir werden es definitiv auf plan quadrat 128 von links und 083 von oben bei dem leuchtturm zwischen tschernogorsk und elektro city werden wir das ganze hier platzieren für euch macht euch auf die suche freue mich auf euch wenn ihr es gefunden habt nutzt es anständig und wir sehen uns dann im nächsten video